Yo Leute, was geht ab? Hier zu eurem Kanal und heute spielen wir Western, ein neues Spiel auf dem Prinzip vom Mörder mit André und Odoman. Lasst ein Like da, schaut das Video bis zum Ende, da ist natürlich auch ein Abo da und checkt auch Odoman ab, da kriegt ihr nämlich auch seine Sicht. Viel Spaß beim Video. Und so Freunde, wir spielen heute auf einer neuen Map. Seid ihr bereit, Jungs? Und zwar in der Festung und wir sind in den Western und Jungs, ich bin auf jeden Fall ein sehr schönes Menschenskinder. Was bist du denn, Odoman? Knall mich ab, Digger! Was? Diese Westermusik dabei. Boah, wilde Map. Map ist sehr wild. Jeje. Die wildeste Sip. Was? 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 Was für ein Sip? Wie redest du über mich? Wie reden sie? Guck mal, das Ding ist, Odoman? Ja. Wir kennen uns schon lange und ich weiß schon, wer du bist. Ich kenn uns schon ewig. Ihr ist Brief! Du hast blonde Haare, gib's zu. Ich hab blonde Haare, ich gib's zu. Okay, dann knall ich auf dich. Knall mich. Was? Oh mein Gott. Äh, ja, ja, aber Freunde, wir starten rein, wir sind der Outlaw und ich bin bedeckt. Ich weiß, glaube ich, sogar schon, wer der sein könnte. Ich muss mal ein bisschen dancen. André. Ja. Er hat gerade ein Pferd gefüttert. Aber Dancing-Schule. Ja. Und der hatte einen männlichen Charakter, der ein Pferd gefüttert hat. Ah, ja. Woher willst du das wissen, Kerle? Weil ich an dir vorbeigelaufen bin, als du's gemacht hast. Das kann nicht sein. Ah. Ah. Ja, ich hab gar kein Pferd gefüttert, Kerle. Das kann gar nicht sein. Am Briefkasten steht, der bei dir hat das Pferd gefüttert. Das war ich nicht. Der Briefkasten lügt. Der Briefkasten lügt. Wahrscheinlich lügt der Briefkasten. Der Briefkasten lügt wirklich. Immer, immer. Dafür ist der Briefkasten bekannt. Der ist bekannt. Bekannt. Ich kannte. Der ist kannt. Du bist eine Kante. Du bist eine Kante. Ja, oder man? Was ist dein Problem? Du hässlicher Hässlant. Wie er gezuckt hat. Richtig eingezogen. Deswegen hat er auch gesagt, dass er ein schöner Mensch ist, weil er hässlich ist. Oh. Hast du kurz nochmal abgebrochen, oder was? Hast du nochmal abgebrochen, kurz, oder was? Ich hab gerade schon abgebrochen, ja. Digga, ich glaube, ich muss dich mal abknallen jetzt. Der Vortäuscher. Weib mich doch ab. Weib mich. Digga, das war so ein NPC-Stop, Digga. Ich weiß nicht, ob Odemann das macht. Ich mach sowas. Oh. Habt ihr was gehört? Ja, was denn? Ich hab keine E-Mail bekommen. E-Mail? In Western? Ja. Ich geh erstmal an meinen... Komm, wir uns helfen. Erstmal eine E-Mail schreiben. Bitcoin verkauft nebenbei. So, Jungs. Nun ja. Was muss ich denn jetzt hier machen? Hat er noch eine Sache geschafft? Bisher noch nichts. Na, sehr gut. Wo ist der? Dann lauf ich jetzt immer noch weiter dem hinterher. Lauf ihm weiter hinterher, André. Ja, mach ich auch. Lauf ihm doch hinterher. Das bist du auch, Digga. Das kann nicht sein. Fütterst du gerade ein Pferd? Du Pferdefütterer? Ja, hab ich gefüttert. Ich bin ein Pferdeflüsterer. Ah ja? Also, wenn ich schießen soll, ich bin ehrlich. Ich flüstere Pferde. Ja. Sorry. Ich weiß nicht, warum ich schießen soll. Ah, Jungs, ich mache hier meine Mission und ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Ich sehe keine Mission von dir. Bin ich mal ehrlich zu dir gerade. Ich sehe auch keine Mission von dir. Ja, weil du nicht kannst, weil ich genau hinter dir bin die ganze Zeit. Ja, das kann vielleicht sein, aber es ist doch eine Lüge. Ja, ich weiß, wer er ist. Ich gucke, was die E-Mail ist, okay? Guck bitte. Warte, lass mich gucken, lass mich gucken, bitte. Okay, guck, guck, guck. Guck du. Guck du. Munition gestohlen. Munition gestohlen. Okay, ich muss jemanden abknallen. Ich bin ehrlich. Warum? Ich muss jemanden abknallen. Noch ein Brief. Ja, wieder hier. Wieder hier. Es ist Brillo, Mann, Piqué. Wasser vergiftet. Ah! Du hast einen Unschuldigen getötet. Du hast einen Unschuldigen getötet. Kalle, es liegt nur noch bei mir und Dears. Ich habe keine Anhaltspunkte. Ja, weil der Anhalt ist bei Dr. Anhalt. Bitte anhalten. Please stop the fairs. Jetzt rechts abbiegen, weil ich bin Navigationssystem. Okay, ich biege rechts ab. Okay, ich biege ab. Du kannst aber ruhig mal einen Tipp geben, Modemann. Bin ich dir ehrlich? Nein, warum sollte ich das? Weil ich jetzt allein bin. Ja und, ist mir auch egal. Chill mal lieber da. Warte, ich laufe dir hinterher. Wieso kommt kein Brief? Wieso kommt kein Brief? Odomann, warum schreibst du mir nicht abgehoben? Es kommt ein Brief. Es kommt ein Brief, Kalle. Wer hat was gemacht, KP Kekkers? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Kalle ist so schlecht, weil Odomann ist der beste Outlaw der Welt. Hat die Wache gestört. Aha, ich habe mit der rumgemacht mit der Wache. Wir haben uns geküsst und zwar leidenschaftlich, Kalle. Bist du jetzt eifersüchtig? Ja, auf jeden Fall. Warum machst du das mit mir nie? Nun, nun ja. Ich habe keine einzigen Portionen. Die Map ist übelst unübersichtlich. Das stimmt doch gar nicht. Warum liegst du? Die Map ist übelgeil. Du hast gar keine Ahnung, wer ich bin. Hast du echt nicht. Feier ich. Jetzt kommt eine Post, Kalle. Sie haben Post, Sie haben Post, Sie haben Post, Sie haben Post, Sie haben Post. Okay, kennt ihr noch dieses Haus von damals? Nee, du. Da waren wir so Kinder. Okay, okay, okay. Wenn das das ist, was ich denke, habe ich einen Verdacht. Okay. Bitte sei das, bitte sei das, bitte sei das. Komm, sei das. Das Ding ist, Kalle, wenn du jetzt schießt. Hat das Pferd gefüttert? Bitte sei das. Wenn du jetzt schießt, Kalle, muss es halt ein Treffer sein. Wenn du jetzt schießt, Kalle. Bist du halt ein Schießloch. Das ist so schwer. Mhm, es ist ein bisschen schwer. Oh du Mann, sei ehrlich, wie viele hast du noch? Kalle, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Missionen und meine Zeit wird ein bisschen knapp. Ja, wird deine Zeit knapp? Ein bisschen, ja. Aber, du, ich habe gar kein Problem damit. Okay, ey, die Appis, die reden mit mir. Ja? Nein. Vielleicht. Bitte mach Bling, bitte mach Bling, bitte mach Bling. Ja. Was für Bling? Dass ich einen Brief kriege. Das ist kein Brief. Ich kriege auch keinen Brief. Ich habe einen Brief bekommen. Aber wo ist der? Ist der Brief immer an der Location, wo es passiert ist? In der Nähe. Der Brief ist... Nein, ist es nicht. Ich habe erweckt. Doch, ist es, er lügt. Ich habe keinen Brief bekommen. Er hat eine Sache gemacht, wo... Wenn du Zeit dazu bekommst. Aha. Ohne, Mann. KP Kellers. Jetzt habe ich einen Brief bekommen. Der am Post. What? Das Ding ist, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wenn du dich beeilst, machst du Fehler. Und wenn du Fehler machst, kriege ich dich. Das ist eine Lüge, KP Kellers. Bandit hat geangelt. Aha. Am Watter. Aha, aha. Kalle, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Er kann mich auf jeden Fall sehen. Kalle, ich kann dich durch die Wände sehen. Andre? Ja? Ich bin dir ehrlich. Ohne Mann ist hier vorne irgendwo auf der Hälfte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ziemlich hässlich ist. Ja, der Heslon mit dem Hut ist er. Ja, denke ich nämlich auch. Soll ich es machen? Los. Bist du dir sicher, Kalle? Boom, ich war es nicht, ich war es unschlecht, Digga. Wer war es, du? Den meine ich doch. Du warst beim Lagerfeuer gerade, ne? Ja, ich war beim Lagerfeuer. Das meine ich doch, Heslon mit dem Hut, Digga. Ja, ich habe den Heslon mit dem Hut getötet. Das Ding ist, jeder Zweite in Bestand ist ein Heslon mit dem Hut, Digga. Ja, aber ich meinte den, eigentlich wollte ich sagen, der am Lagerfeuer mit der Frau zusammen war. Ach so. Ja, Freunde, ich habe gewonnen. Wir gehen rein als Sheriff und Kalle, du bist Bandit. André, du bist jetzt mein Homie. Okay. Jetzt bin ich der Bandit. KP Kickers. Ja. André, sind wir bereit? Normal, ich knall einfach irgendwen ab. Das wäre geil. Das Ding ist, Freunde, es geht los. Drei, zwei, eins. Das Ding ist, Freunde, Kalle ist einfach schlecht in dem Game. Ist er eigentlich nicht, er ist eigentlich ganz gut. Bin ich wirklich? Guck nicht, André. Okay. Ja, komm, one, one. Howdy, Partner. So. Oh, wilde Mucke, Digga. Kalle, stehenbleib. Ich bleib stehen. André, gucken, wie die Leute laufen. Soll ich ernst machen? Mach ernst, wir haben Post, wir haben Post, rechts. Ich habe Post. Kalle hat irgendwas gemacht, der Eklige. Gehen, gehen, gehen. Kalle hat was Ekliges gemacht, André. Kannst du gar nicht beweisen. Doch. Der Bandit hat ein Mädchen geflirtet. Oh, oh. Ich weiß, wo er ist. Er ist da beim Angler, Station rechts. Oh, shit. Du hast geflirtet, hä? Du hast geflirtet, hä? Zu meiner Stadt flirte nur ich. Okay, ich habe nochmal Post. Digga, Kalle gibt Übelgas, André. Digga, ich bin... Der Bandit hat das Wasser vergiftet. Ja, okay. Die Frau mit der grünen Jacke ist er nicht, Odomann. Die hat gerade das Pferd gefüttert, wo das kam. Okay, okay, okay. Dementsprechend... Schwierig. Komm. Ich habe einen Verdacht, André. Ich auch. Ich habe einen Verdacht. Warum lachst du, Kalle? Tschüss doch. André. Ja? Der mit dem blauen. Sagst du? Ich glaube. Okay. Kalle hat eben Gas gegeben. Wenn er jetzt nichts mehr macht, dann ist er das. Er hat wieder was gemacht. Er hat wieder was gemacht. Er hat wieder was gemacht. Er ist es nicht. Wir müssen uns splitten, André. Einer muss auf die rechte Seite, einer auf die linke Seite. Aber wir haben Post. Was hat der jetzt gemacht, der Eklige? Nobody knows. Und die hat sich flaggisch satanitiert. Oh mein Gott, das ist auf unserer Hälfte gewesen. Ihr seht es auf der Karte, wo die Dings gemacht haben. Oh, Post. Digga, er gibt übel Gas. Digga, ich bin näher dran. Guck weiter, guck weiter. Warte, ich habe auch eine. Der Bandit beendet Aufgabe, Geld von der Bank stehlen. Wo ist die Bank? Die Bank muss auf deiner Seite. Die Bank muss auf deiner Seite bei dir sein. Ne, bei mir ist Sheriff nur. Hä? Denkst du, die Bank ist am Strand oder was? Ja. Die ist in der Base, Digga. Da ist noch ein Post. Digga, Kalle gibt viel zu viel Gas. Das gefällt mir gar nicht. Ich mache gar nichts. Gar nichts. Kalle, bist du dick? Ja. Ah, das ist die Flagge. Okay, okay, okay. Du auch? Er salutiert hier immer noch. Natürlich, ich salutiert hier dreimal. Nun ja, wir haben noch einen Brief, André. Ich glaube, er ist echt auf der Strandseite. Ich bin mir aber nicht sicher. Kalle, du kleine 31er. Was denn? Er hat übel viel Zeit, er hat übel viel Zeit. Ich mache den Brief auf. Ich weiß es nicht, Digga. Ich glaube schon. Ich glaube auch, oder Kalle tanzt gerade richtig eklig. Das ist die Frage. Was macht Kalle? Okay, beckers. Schwierig. Schwierig. Ihr werdet mich niemals finden. Das ist das hier. Jetzt füttert hier nochmal einer. Er ist wahrscheinlich rüber gelaufen. Er ist safe nicht mehr hier. Er ist safe nicht mehr hier. Nee, nee. Ich bin ein Sheriff und du bist ein nichts, Kalle. Schade von dir, wie du über mich redest. Wie gesagt, wenn ich eine Aufgabe abschließe, wird auf der Karte gezeigt, wenn ihr den Brief habt, wo das war. So ein braver Roman, bleib stehen. Hier, hier, hat der was gemacht. Hier hat der was gemacht. Mach auf, ich mach auf. Mach auf, mach auf. Guck weiter, guck weiter. Medizin gestohlen. Das ist auf der anderen Seite, oder? Nee, das ist noch auf der anderen Seite. So, hier rechts. Das ist Kalle. André, ich glaub, ich hab ihn. Ich bin gegen Wand gelaufen, achtmal. Ich glaub, ich hab ihn. Erst aus Jux ist er hier rübergegangen. Der hier. Der hier? Ich glaub, der. Und, unschuldig. Es tut mir leid, es tut mir leid, André. Ich muss es jetzt alleine tun. Ja, Mann. Alle von dir, würd ich nur so sagen. Alles gut. Du wirst mich nie erwischen. Er sagt, du wirst mich nie erwischen. Du bist hier der! Wer? Ich muss gucken. Das ist so ein schönes Spiel. Ich glaub, das ist Kalle. Oder? Nee. Jürgen, wo bist du? Ich hab ein bisschen ge... Ich... Okay, ich hab Post. Und ich hab Kleidung gestohlen. Das heißt, er geht jetzt gerade nach... Wo könnte ich hingehen? Du bist der Hässige mit den Brillenglädern, sei ehrlich. Vielleicht bin ich's, vielleicht bin ich's nicht. André, was sagst du? Bitte helf mir! Ich weiß es selber nicht, dass du dich verwirrt, Mann. Du hättest mich ja auch mal was fragen können in der Zwischenzeit. Kalle! Ja? Was hast du an? Geile Sau. Was hast du an, hä? Also, ich sag mal so, ich bin kein Typ. War mir klar. Kalle, bist du einheimisch? Ich hab doch gerade gesagt, ich bin kein Typ. Ich bin ne Frau. Mit einem blauen Kleid. Ich sag, bist du einheimisch? Er sagt, er bleibt zu lange stehen. Kill ihn. Das war der Falsche. Das war der Falsche. Wer war's? Oh mein Gott. Hä? Die hab ich nicht einmal gesehen. Ich auch null, Bro. Und Leute, ich hab was rausgefunden. Nein. Man kann sprinten als Bandit. Was? Ich hab das bei mir auf der Maustaste drauf gehabt. Auf der oberen. Perfekt, Digga. Man kann sprinten. Okay, Freunde. Darf ich mal sagen. Weil Kalle so gut ist. André, wir machen jetzt ne Banditenrunde. Und Kalle kann halt Sheriff sein. Schade von euch. Ja, ciao. Bis gleich. So, Freunde. Wir sind ein richtiger Outlaw. Und Kalle hat gesagt, wir können sprinten. Mhm. Frage ist, wie? Aber nur die Outlaws. Als Detektiv kann ich nicht mehr sprinten. Oh mein Gott. Tatsache. Mit Shift ging das bei mir. Oh mein Gott. Okay, Friends. Das macht das Spiel ein bisschen interessanter. Aber auch, wenn ich euch sprinten sehe, seid ihr safe tot. Weil nur Leute sprinten können, die auch Leute sind. Mhm. Mit wem? Mit welcher Taste? Mit Shift. Ich hab einen Brief. Oh, du hast einen Brief, Kalle. Ich hab Gold gestohlen. Schade von dir, dass du Gold stehst. Schade von dir, André, dass du Gold stehst. Ich hab schon wieder einen Brief. Leute, chill machen. Ehrenloser Gold-Spiele. Let's go. Spiel. Okay, man kann aber nur kurz sprinten. Alter, Leute. Entspannt euch mal. Ich kenne gerade zu einem Brief. Ich habe immer zwei Briefe. Kalle. Du wirst uns niemals erwischen. Bist du sicher? Wir haben das Spiel einfach umgedreht, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich mach hier gerade alles nach dem anderen. Ey, alleine gegen zwei ist es unmöglich. Ist es? Ist es. Soll ich dir André verraten? Ich glaube, einer von euch beiden ist auf jeden Fall eine Chaya mit Hut. Chaya mit Hut. André, was sagst du dazu? Ich bin's. Kill mich. Ich bin's. Kill mich. Okay, dann mach ich das. Das Splinten ist übelgeil. So, André. André, André. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Was denn? Hat das Pferd gefüttert. Ich gehe kaputt. Wer hat denn das Pferd gefüttert, Kalle? Ehrenlos, wer das war. Es ist unmöglich schwer. Wer hat das Pferd gefüttert? Hey, hey. Wiese Mocke. Wer wässt dann, Digga? Ey, ich habe keine Chance alleine, Leute. Das ist zu schwer, ich sage es dir. Das ist unnormal. Aber das wäre die erste Runde, die wir gewinnen, ne? Das wäre die erste Runde, wenn wir gewinnen, ja? Wenn Kalle nicht darauf kommt, wer wir sind. Hallo, hallo. Ich rede im Game. Hattet ihr mich? Hallo im Game, ich bin Kalle. Dann lädt sich das Splinten nicht mehr auf. Ich glaube, wenn man eine Aufgabe macht. Hat einen Drink genommen. Digga, es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Es kommt der nächste Brief. Ich gehe kaputt. Okay, Kalle. Geh mal zu dem Briefkasten. Maschinengewehr zerstört. Okay. Hab dich. Ähm. Hä? Der hat gerade am Maschinengewehr rumgeschraubt. Weißt du, was das Lustige war? Ich stand genau hinter dir. Oh mein Gott. Gerade die ganze Zeit, die wir hier sind. Oh Mann. Der hat doch am Maschinengewehr rumgeschraubt. Oh Mann. Okay. Friends, ich muss mal sagen, wir machen noch die, wir machen noch eine einzige letzte Runde, wo André jetzt Outlaw ist. Kalle, wir zwei, Sheriff. Wir werden André hopsen. Let's go. Let's go, Leute. Kalle. Oh du Mann. Muck nicht. Muck du nicht. Okay. Ich hab's schneller als mein Schatten. Ich bin schneller als dein Schatten. Ich bin schneller als der Schatten deines Schattens. Ah. Ich glaub, wir sollten André suchen. Ja. Er hat schon was gemacht. Er ist eklig. Direkt neben uns. Dings. Er war draußen vielleicht. Okay. Ich sag, was er gemacht hat. Er hat geangelt. Ehrenloser André. Okay. Er hat geangelt. Hm. Die Frage ist, hat er was gefangen? Das ist die Frage. André. Ja? Bist du ein Mann mit Zylinder auf dem Kopf? Natürlich. André. Ja, bin ich auch. Bist du? André, bist du fett? Ja. Oh ja, Baby. Happy Kickers. Wir müssen alles im Auge behalten. Ist hier passiert. Ist schwierig. Ja. Ich hab ne Idee. Das kann nicht sein. Ich hab grad da eine beobachtet. Der läuft so hässlich. Die haben Post. Oh mein Gott. André, hättest du nicht sagen sollen. Oh oh. Warum? Hat gebetet. Betet man denn? Also er hat grad hier ne Task gemacht und dann wurde nachgesagt, die haben Post. Aber das kann ja nicht sein Ärger. Hey, dann ist er das gar nicht. Er hat hier gebetet. Er hat hier gebetet. Das heißt. Einfach gebetet. Ich glaub, ich weiß echt, wer es ist. Bist du sicher, dass du jetzt schon sagst, er ist es und du willst ihn töten? Ich glaub. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Bitte nicht, Junge. Nee, das kann nicht sein. Ey, es ist schwierig. Es ist so schwierig. André. Ja? Das ist ein kleiner Ekelpaket. Sei ehrlich. True. Okay, Friends. Also ich dachte, André wäre das, aber ich glaub nicht, dass er es ist, weil er noch mal, also der hat da noch mal gebetet. Das heißt, das kann ja nicht sein. Es ist auch insane schwer. Man findet es einfach nicht. Das ist todesschwer. Die Map ist auch eklig, weil die auf zwei aufgeteilt ist. Hm. André, wenn du ein Mann bist, sprintest du jetzt. Hab ich. Ja, ich guck mal hier die Task an. Aha. Der André ist safe. Oh, post, post, post. Kalle. Ich geh. Ich geh, ich geh. Feuer gelegt. Wo legt man Feuer? Bei mir. Okay, er ist noch bei dir. Er ist noch safe bei dir. Okay, ich bleib bei mir alles im Blick, okay? Ich guck überall, wo jeder steht. Zylindermann und Cowboy-Hutfrau kommt zu dir. Ja, André, ich weiß, dass du die Frau bist. Mexikaner kommt auch zu dir. Oh, es ist so einfach. Oder der Mexikaner. Nee, er bleibt stehen. Guckt mal, euer Postkasten, Jungs. Er hat schon wieder was gemacht. Der Typ mit der Melone ist auch zu dir gekommen. Und die Shaya mit Hut. Die Shaya! Digga. Wie viel Christ hast du schon, Junge? Sag ich nicht. Es ist einfach unmöglich. Die Map ist viel zu schwer. Ich hab ne Vermutung. Echt? Ja, André ist auf jeden Fall ne Dame, glaub ich. Stimmt das, André? Ja. Hast du auch nen Damenbart? Ich hab auch ne Brille auf. Und ein blaues Kleid. Das stimmt nicht. Oder es stimmt. Das ist halt der Punkt. Wir können halt nicht sagen, es stimmt nicht. Weil André auch einfach wirklich so ein Typ ist, der es einfach raushauen würde. Weil er juckt ihn nicht. Ja. Wir haben Post. Ich guck nach. Es ist... Was, was, was? Munition gestohlen. Munition gestohlen. Auf der anderen Hälfte. Und hier ist noch mal Post. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Die ist neben dir. Die ist neben dir. Ich kann nicht hin. Ist da außen, Mann. Bei mir ist die neben dir. Er hat noch... Maschinengewehr zerstört. Maschine zerstört. Was für Maschine? Ein Maschine. 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 André? Ja? Aber der ist gerade auch von 1 bis 10. Ist mir egal. Es ist der Zylindermann. Wie? Nein. Verdammt! Warte mal, das ist nicht dein Ernst. Ah, ich dachte, Bro, er kam da eklig aus der Ecke raus, Bruder. Liga, wie viele Tasks hast du noch? Sei ehrlich. Und sie haben Post, Kalle. Äh, äh, das ist die nicht, das ist die nicht, Kalle. Junge, das ist todesschwer, Friends. Wirklich, das ist wirklich richtig schwer. Und falls ihr schon herausgefunden ist, äh, habt, wer André ist, dann schreibst du es nicht in die Kommentare, Freunde. Aber es ist todesschwer. Es ist nicht wirklich. Er spielt das gerade zu gut, Bro. Er spielt das gerade zu gut. Digga, es geht einfach nicht. Ich finde ihn nicht. Das Ding ist... Ich bin gerade zu los, habe ich das Gefühl. Verlegt gerade, Kalle. Hm. Er wird jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, wenn du jetzt hier bist. Safe call. Oh mein Gott, bitte. Was hat er gemacht? Hat mit deinem Mädchen geflirtet. Es ist auf der anderen Seite. Ja. Okay. Frage ist, können Frauen auch mit Frauen flirten? Ja, ja, klar. Das ist eine Task. Ja, das geht? Okay. Okay. Oh mein Gott. Wieder Brief. Äh, wieder irgendwas. Digga, zwei Sachen. Kalle, er ist die Frau mit dem blauen. Rechts neben dir. Safe call. Siehst du sicher? Ich glaube, er ist genau neben dir gerade, der Eklige. Ich gucke mir die Briefe an, okay? Guck lieber. Nicht beendete Aufgabe, tanzen. Ich weiß, wer er ist. Er ist die Chaya. Aber nicht die. Ja, er ist die Chaya. Er ist safe in Chaya jetzt. Ja, ich weiß aber auch welche. Welche? Diese mit den dunklen Haaren und dem Hut, weil sie ja gerade neben mir getanzt, da kam ich dahin. Und hier steht da nicht beendete Aufgabe, tanzen. Oh mein Gott, wenn das jetzt stimmt. Kalle, bitte. Welche, welche? Welche Frau? Ich suche sie. Da hinten. Er macht wieder irgendeine Task. Angelplatzt. Wo ist sie? Wo ist sie? Rechts hinten. Safe call. Safe call rechts hinten an dem Ding, Bro. Die da? Nein, 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 nein. Rechts hinten an diesem Aggregator. Aber er sieht aus wie die da. Nein, das ist der safe. Das ist... Aber welch Aggregator? Ich bin mir zu 90% sicher, wenn es die nicht zweimal gibt. Dann schieß. Dann schieß. Es war er nicht. Es war die Frau, oder? Ich war die mit dem Roten. Ja, guck Kalle, ich habe doch gesagt, er macht den Gator. Das Spiel ist insane schwer. Aber ich hätte es gewusst. Du warst tot. Du warst gar nichts. 90% scheiße warst du, Kalle. Leute, es ist extrem schwierig, unmöglich zu gewinnen, aber es macht unheimlich Spaß. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, seid ihr die größten Ehre, Männer. Checkt die Jungs ab und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao.